Die ISS hat innen ungefähr ein Volumen, was dem eines Jumbojets entspricht, aber die ISS ist langgezogen, das heißt ein geringerer Durchmesser als ein Jumbojet, dafür aber viel länger. Und wenn man sich die ISS aufgespannt vorstellt im Vergleich zu einem Fußballfeld, dann entsprechen die Sonnensegel von links nach rechts ungefähr der Länge eines Fußballfeldes und die Länge der Module hintereinandergereiht der Breite eines Fußballfeldes.